Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, wir stehen hier vor Ihnen, um Sie von zwei Dingen zu überzeugen. Eins, dass Sie möglicherweise Rechtswissenschaften, also Jus, studieren möchten. Und zwei, dass Sie dieses Studium hier an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg aufnehmen könnten. Wir sind hier zu zweit, die wir diese Aufgabe lösen möchten. Neben mir steht Frau Rascha Marie Achermann. Sie hat einen Master unserer Universität, ist derzeit tätig als Doktorandin am Lehrstuhl für Zivil- und Handelsrecht, ist also wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie hat nicht nur in Freiburg, sondern auch in England studiert und hat sich intensiv mit all diesen Fragen auseinandergesetzt, die wir heute miteinander erörtern möchten. Mein Name ist Hubert Stöckli. Ich arbeite seit 2001 an dieser Fakultät, bin gegenwärtig in der Fakultätsleitung als Dekan und werde auch das eine oder andere zu sagen haben zur Frage, warum Jus studieren und warum Jus in Freiburg studieren. Gehen wir also zur ersten Frage. Die erste Frage war, wie angekündigt, warum Jus studieren. Und diese Frage möchte ich nun eben Rascha stellen, die ja noch viel näher am Studium ist als ich. Rascha, warum Jus studieren? Ja, Jus oder Rechtswissenschaften ist vielfältig, denn das Recht durchdringt viele Lebensbereiche. Das sieht man zum Beispiel, wenn man die Zeitung aufschlägt, dann liest man eine Schlagzeile, aber meistens steht dahinter eine Rechtsfrage. Auch in diesen Corona-Zeiten gibt es auch viele Fragen, die aufgeworfen werden, zum Beispiel Arbeitsrechtliche oder Staat. Darf überhaupt der Staat die Freiheiten einschränken, also Grund- und Menschenrechte und vieles mehr. Und Recht, das ist immer verknüpft mit einer anderen Thematik. Ich habe schon gesagt, es ist vielfältig, betrifft viele Lebensbereiche, also auch viele Themen. Zum Beispiel Politik, Geschichte, Wirtschaft, Soziologie, Philosophie und noch vieles mehr. Technik, Baurecht, Bauen zum Beispiel, oder auch eben Arbeit, Arbeitsrecht und vieles, vieles mehr. Das sind einige wichtige Erkenntnisse, einige wichtige Punkte, die für ein Jus-Studium sprechen. Vielleicht darf ich noch mal unterstreichen, was Rasch eigentlich schon gesagt hat. Das Faszinierende am Jus ist, dass man mit dieser Methode, mit dieser Gedankenwelt, mit dieser auch Analyse, die man über Jus eben betreibt, in viele verschiedene Lebensbereiche eindringen, vordringen kann und sie sich erschließen kann. Rasch hat vom Bauen gesprochen, das ist ein Spezialgebiet, das ich pflege, aber andere Kollegen pflegen zum Beispiel Medizinalrecht. Da muss man eine Ahnung haben, auch von medizinischen Zusammenhängen. Warum Jus studieren also? Die Frage der Sprache, die könntest du noch mal aufgreifen. Diese Idee Jus als sehr sprachgebundenes Studium. Und wenn man daran Freude hat, kann man auch Griechisch oder Französisch oder Germanistik studieren. Oder eben auch Jus. Es ist auch hier erforderlich, ein Umgang, eine Freude am Umgang mit Sprache. Möchtest du das noch ein bisschen vertiefen vielleicht, Herr Asche? Das kann ich gerne tun. Und zwar im Jus-Studium lernt man eigentlich eine neue Sprache. Aber was heisst das? Es geht um Normen und Normen, das sind Texte. Und im Jus-Studium lernt man, wie man diese Texte auslegt. Man versucht sie zu verstehen und sie dann im Einzelfall anzuwenden. Wieso sage ich Einzelfall? Ja, weil Normen sind generell abstrakt. Also sie werden gesetzt für eine unbestimmte Zahl von Personen und eine unbestimmte Zahl an Fällen. Und im Jus-Studium lernt man dann diese Begriffe, zum Beispiel ein Vertrag, das hat eine andere Bedeutung im Recht als umgangssprachlich. Und man versucht das auszulegen, ja, was ist denn überhaupt ein vertragrechtlich, was heisst das, begrifflich auch. Und dann, wenn man einen Fall hat, wo man zum Beispiel einen Platz sieht, ja, ist das überhaupt ein Vertrag, was steckt dahinter, die Parteien, die einen übereinstimmenden Willen darüber geben, was sie eigentlich im Vertrag haben möchten. Das könnte zum Beispiel auch im Arbeitsrecht sein oder auch bauen oder zum Beispiel ein Kaufvertrag, wenn ich in die Mikro gehe und etwas kaufe, dahinter steckt auch ein Vertrag. Und Sprache, genau, das ist sehr wichtig im Jus-Studium. Also man muss Freude haben an der Sprache, auch am Lesen, am Schreiben und am Argumentieren. Und genau, das ist einfach, die Sprache ist wie ein Werkzeug für Jus oder für Rechtswissenschaften. Vielleicht darf ich im Anschluss daran noch einen Punkt aufgreifen, der etwas heikel ist, möglicherweise. Denn die Frage, warum Jus studieren, könnte man ja auch beantworten, damit aber man sagt, ja, es ist mir eben nichts anderes in den Sinn gekommen. Wissen Sie, ich glaube schon, dass das auch eine Motivation sein kann, das Jus-Studium aufzunehmen. Die Fülle überfordert mich, ich nehme Jus, da sind die Berufsaussichten einigermaßen intakt. Dann machen Sie Jus, aber prüfen Sie während Ihres Studiums, ob das für Sie wirklich das Richtige ist. Es ist eine wichtige Entscheidung, die Studienwahl, und man kann in Jus einsteigen, aber dann immer auch prüfen, ist es wirklich das, was ich tun wollte. Rasha und ich sind begeisterte, eine begeisterte Juristin, und ich bin ein begeisterter Jurist. Und dahin sollten Sie kommen, was immer Sie tun, Jus oder auch ein anderes Studium. Sie sollten Begeisterung für Ihren Gegenstand entwickeln können, und wir hoffen, dass Sie Begeisterung entwickeln können für Jus. Vielleicht gehen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage, die wir mit Ihnen diskutieren möchten, ist, ja gut, jetzt habe ich Jus studiert. Wie soll es nun weitergehen? Welche Aussichten habe ich denn nach einem erfolgreich absolvierten Jus-Studium? Was tun Juristinnen und Juristen, wenn sie die Universität verlassen? Auch diese Frage möchte ich Rasha stellen. Bitte. Ja, Juristen sind gefragt. Es gibt also viele Berufsfelder, wo Juristen arbeiten können, zum Beispiel an Gerichten, als Richter oder Gerichtsschreiberin oder Schreiber, an Verwaltungen, bei Verwaltungen, Entschuldigung, also Bund, Kantone oder Gemeinden, dann Anwaltskanzleien oder Notariat, dann in der Lehre und Forschung als Lehrer, zum Beispiel an einem Gymnasium oder auch an der Universität. Was gibt es noch in der Privatwirtschaft, zum Beispiel in einem Unternehmen, als Unternehmensjurist, in der Diplomatie, Politik? Und es gibt noch viele weitere Berufsfelder, wo Juristen arbeiten können. Die Möglichkeiten sind enorm. Und wie Rasha das ausgeführt hat, es gibt Bereiche, das sind Bereiche, die sind sozusagen angestammt, liegt auf der Hand, dass man dazu ein Jus-Studium absolvieren muss, wie zum Beispiel, wenn Sie als Rechtsanwältin arbeiten wollen. Das geht nicht ohne Jus-Studium. Dann studieren Sie bei uns während vier Jahren Rechtswissenschaften, gehen dann für ein Jahr oder zwei Jahre in ein Anwaltspraktikum und absolvieren dann die Rechtsanwaltsprüfung und haben dann die Lizenz, Parteien vor Gericht zu vertreten. Das ist, sagen wir, ein klassischer Weg. Jus-Studium und dann ziemlich unmittelbar danach noch dieses Anwaltspraktikum mit Anwaltsprüfung. Das machen viele. Aber stehen viele andere Wege auch offen und Rasha hat die einen oder anderen skizziert. Sie gehen neben den Gerichten, vielleicht gehen Sie eben auch in die Verwaltung, vielleicht gehen Sie zur SBB arbeiten, Versicherungen sind wichtige Arbeitgeber für Juristinnen und Juristen. Also eine große Zahl von beruflichen Möglichkeiten, die sich Ihnen eröffnen mit einem Jus-Studium. Vielleicht auch deshalb so viele Möglichkeiten, weil Sie bei uns oder an einer anderen Jus-Fakultät, das sei zugegeben, weil Sie im Jus-Studium also lernen, Dinge zu analysieren. Ich würde sagen, das ist ein Hauptmerkmal des Jus-Studiums. Sie werden in der Fähigkeit geschult, komplexe Probleme zu analysieren. Und diese Fähigkeit, die kommt Ihnen immer entgegen, wenn immer Sie auf komplexe Probleme stoßen, sind Sie immer gut beraten, sind Sie immer gut ausgerüstet mit einem Jus-Studium, weil Sie eben dort geschult wurden, darin Dinge zu analysieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Grund dafür, weshalb ein Jus-Studium so viele Möglichkeiten Ihnen eröffnet. Klassisches oder auch weniger Klassisches. Es steht nichts der Idee entgegen, nach dem Jus-Studium ein eigenes Unternehmen zu gründen, zum Beispiel. Gehen wir vielleicht zur nächsten Frage, die wir uns für heute noch vorgenommen haben. Nach, warum Jus studieren? Zweitens, wie geht es dann weiter nach dem Jus-Studium? Müssen wir doch auch noch die Frage aufgreifen, warum soll man Jus in Freiburg studieren? Freiburg ist eine Volluniversität, also deckt den ganzen klassischen Kanon ab, mit den Fakultäten, die sie hat. Und eine dieser Fakultäten ist die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität. Vielleicht wissen Sie es nicht, aber ich möchte Sie kurz daran erinnern, wenn Sie schon wissen, die Rechtswissenschaftliche Fakultät hier in Freiburg ist älter als die Uni. Die Uni ist etwas älter als 125 Jahre, die Rechtswissenschaftliche Fakultät in Freiburg ist etwas älter als 250 Jahre, also fast doppelt so alt oder gut doppelt so alt wie die Universität. Seit gut 250 Jahren wird also hier in Freiburg Recht unterrichtet. Und warum kann man auch heute hier noch Rechts studieren? Warum ist ein rechtswissenschaftliches Studium in Freiburg Ihnen ans Herz zu legen? Zunächst einmal, weil wir Freude haben, wenn Sie zu uns kommen. Wir kümmern uns mit Leidenschaft und Enthusiasmus um diese Fakultät und Ihre Studierenden, allen meinen Kolleginnen und Kollegen und mir selber auch, ist viel daran gelegen, dass Sie hier zu Ihrem Erfolg kommen. Freiburg ist eine Universitätsstadt, wie es in der Schweiz eigentlich sonst keine gibt. Eine Stadt, die ganz stark geprägt ist von Ihren Hochschulen und insbesondere von Ihrer Universität, was Sie auch merken, wenn Sie nach der Vorlesung in die Stadt gehen und dort wieder auf Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen stoßen oder auch am Abend auf Ihre Kommilitonen und Kommilitonen treffen. Eine Universitätsstadt, eine Stadt, die sehr stark geprägt ist von Ihrer Universität. Weitere Gründe hat Rascher auf Lager. Bitte Rascher. Die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg bietet eine solide Grundausbildung mit hervorragendem Ruf an. Ja, was heisst das? Also zum Beispiel im Bachelorstudium ist der Stundenplan ziemlich strukturiert. Man hat Einblick in alle Rechtsgebiete. Was sind die Rechtsgebiete? Die hauptsächlichen Strafrecht, öffentliches Recht und Privatrecht. Aber auch Europarecht und internationales Recht gehört auf dem Programm. Zudem gibt es auch Zusätze, die man belegen kann, wie Religionsrecht oder auch Europarecht. Und die Zweisprachigkeit ist natürlich ein grosses Plus unserer rechtswissenschaftlichen Fakultät. Das heisst, ich kann als Studentin zweisprachig studieren. Ich kann mir die Vorlesungen selber auswählen, ob ich sie auf Deutsch oder Französisch belegen möchte. Und im Master kommt noch ein Plus dazu. Da kann ich sogar auf Englisch Kurse belegen. Und ich denke, das ist ein grosses Plus. Weiter auch die Mobilität. Herr Hubert Stöckli hat das schon vorhin angetönt. Ich habe auch in England studieren dürfen. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät hat Verträge mit über 100 Universitäten aus Europa und aus der ganzen Welt. Und das ermöglicht den Studentinnen und Studenten, ins Ausland zu gehen, für ein Semester oder für ein Jahr oder auch ein Doppeldiplom zu absolvieren. Vielleicht darf ich diesen Aspekt Zweisprachigkeit nochmal aufgreifen. Rasch hat davon gesprochen, wir sind die Bilang-Fakultät in der Schweiz. Warum die Bilang-Fakultät in der Schweiz? Ja, einfach, wir sind die Einzigen. Wir sind die einzige Fakultät, die ein vollständiges Programm hat in deutscher Sprache und ein vollständiges Programm in französischer Sprache, was unseren Studierenden die Möglichkeit gibt, mal hier zu studieren, mal dort zu studieren oder auch nur Deutsch oder nur Französisch zu studieren. Bilang-Zweisprachigkeit ist eine Option, von der Sie Gebrauch machen können, ohne davon Gebrauch machen zu müssen. Sie können also rein Deutsch studieren oder rein Französisch studieren. Aber die Zweisprachigkeit ist natürlich ein enormer Schatz, auch für Ihre spätere Berufstätigkeit. Und Sie können, wenn Sie wollen, zweisprachig studieren, graduell abgestuft, ein bisschen, ein bisschen mehr oder sogar viel. Alle diese Möglichkeiten bestehen hier in Freiburg. Eine mittelgroße Fakultät, wir sind eigentlich die viertgrößte Fakultät der Schweizer Rechtsfakultäten, also mittelgroß, mit familiären Touch, weil die Dinge hier übersichtlich sind und Sie einfachen Zugang haben zu meinen Kolleginnen und Kollegen. In Freiburg gehen Sie ganz sicher nicht verloren. In Freiburg sind Sie ganz sicher nicht einfach nur eine Nummer. Voila, meine Damen und Herren, jetzt haben wir Ihnen viele gute Gründe gegeben dafür, das JUS-Studium in Freiburg aufzunehmen. Jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie das am Ende aussieht, wenn Sie dann erfolgreich Ihre letzten Prüfungen bestanden haben, dann sieht das so aus. Die Aula ganz voll, wir sind ja dann nicht mehr in Corona-Zeiten. Ihre Eltern sitzen da, Ihre Freundin, Ihr Freund sitzt da, Ihre Bekannten sitzen da und freuen sich mit Ihnen über den Studienerfolg, den Sie erzielt haben. Sie selber sind nicht hier im Publikum, Sie selber sind auf der Bühne und empfangen hier das Diplom. Das ist unser Endresultat. Aber das ist auch nur der Ausgangspunkt für das, was dann in Ihrem Leben auf Sie zukommt, wenn Sie die rechtswissenschaftliche Fakultät mit Ihrem Diplom in der Tasche wieder verlassen. Vielleicht noch ein Wort zum Geist an unserer Fakultät, der ist geprägt von diesem Wort, das man ja glücklicherweise gleich schreibt, in französischer und in deutscher Sprache, fast gleich, wenn man von der Grossschreibung absieht. Es geht darum, dass wir Engagement zeigen, und zwar großes, überdurchschnittliches Engagement zeigen, seitens der Lehrenden, seitens der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch, und da kommen Sie ins Spiel, seitens all jener Menschen, die bei uns Jus-Studierenden, also den Studentinnen und Studenten, auch von Ihnen erwarten wir überdurchschnittliches Engagement. Warum? Weil Sie nur mit überdurchschnittlichem Engagement zum Erfolg kommen. Das wünsche ich Ihnen, diese Freude am Engagement im Studium, und wir würden uns sehr freuen, Sie im Herbstsemester 2021 an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg begrüßen zu dürfen. Bis bald, bleiben Sie gesund! Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich Ihnen,